So Leute, falls ihr euch fragt, warum ich hier nach langer Zeit mal wieder Ton habe und ich glaube ich würde mal keiner fragen, aber was ich sagen wollte war, erstmal frohes neues Jahr und die zweite Sache ist, ihr fragt euch bestimmt, Mensch, warum habe ich eine Pause von YouTube gemacht? Ich habe keine Pause von YouTube gemacht, das Problem nur, erstens, das liegt an meinem Handy, das lag daran, weil mein Handy an irgendeinem Tag irgendwie keinen Ton mehr hat, also das ist jetzt Ton, denn das ist mein Handy, also egal, ja, und deshalb kann kein bisschen mehr, aber morgen kriege ich mein Handy zurück und ich meine nicht morgen, sondern ja diesen Tag halt, aber morgen, ich meine, ich meine und da kommen neue Videos und ja, mal gucken, was das erste Video wird, vielleicht und ich erwarte mit TikTok machen Leute und mein, ich habe hier schon Sandmann und ich erwarte mit TikTok machen Leute und ja, tschüss, ruft auf den unter dem Film, Aras, nur zur Info.